Es trinkt immer mehr bei den Deutschen durch. Der Anbau von Melonen ist auch hier möglich. Eine Wassermelone, nur von frisch gedüngten Feldern, euer Gruseligkeit. Und ganz ehrlich, für mich ist es immer das schönste und schmackhaftste Erlebnis, die süßen und saftigen Wasser- und Honigmelonen aus dem eigenen Garten vollreif zu ernten. Es ist wirklich ein Traum und eine große Geschmacksexplosion. Vor allem der Geruch von vollreifem Honigmelonen ist wirklich atemberaubend. Und damit du auch in diesen himmlischen Erfahrungen für deine Sinne kommst, in dem Video alles, was du zum Melonanbau wissen solltest. Punkt Nummer 1, Sorten- und Saatgutwahl. Wie in der Tomaten- und auch in der Kartoffelwelt gibt es hier auch unzählige Sorten bei den Wasser- und Honigmelonen, die halt hier verschiedene Anforderungen benötigen. Und da solltest du dir halt hier die Sorten rausrücken, die halt für unsere Klimazone am geeignetesten sind, die halt dann schnell reif sind. Das sind dann frühreife Sorten, die vielleicht auch nicht so unbedingt ganz so groß sind, weil die halt dann ein bisschen länger für die Reife benötigen. Bei den Wassermelonen sind das unter anderem die Lianosic Wassermelone, die Sugar Baby, die weiße Cream of Sakesha One, Black Tail Mountain oder die orangene Sweet Siberian. Die Sorten findest du auch unter anderem auf meiner Saatgutliste. Bei den noch ein Stück süßeren Honigmelonen, genau das gleiche, gibt auch hier wieder spezielle Sorten, sind meistens etwas kleiner, dafür reifen die halt viel schneller, die halt dann auch dazu dienen, wenn mal du einen verringerten Sommer hast oder mal zeitweise stark kühl und verringert. Das ist wie es letztes Jahr zum Beispiel zwei Wochen der Fall war, da sind mir einige Melonen kaputt gegangen. Das war dann die Zeit gut überbrückst. Darunter sind dann unter anderem die Olivine Honigmelone, die Petite Gris de Rhin, eine französische Sorte, oder die bunte Kajari, die Voranzucht. Wie auch bei den Gurken teilen auch die Melonen das gleiche Schicksal mit der Voranzucht. Wenn du es möchtest, so Anfang April, vier Wochen vor dem letzten Frost, will ich hier mit der Voranzucht beginnen. Du kannst auch genau wie bei den Gurken eine Direktaussaat im Mai zum Beispiel machen. Die werden da auch dementsprechend wachsen, wenn du noch frühe Sorten hast. Kann es sogar noch sein, dass du bis Anfang Juni noch nicht direkt Aussaat machen kannst, aber da musst du ein bisschen Glück haben, dass du einen richtig guten Sommer hast. Also Juni warm, Juli warm und August, dann kann da auch was werden. Wenn es noch hinten weiter raus geht mit einem warmen September, ist alles optimal. Genau wie bei den Gurken, tue ich das Saatgut wieder einen Tag vorher einweichen lassen. Tu auch ein bisschen Kamille eventuell rein, um halt die Keimfähigkeit zu erhöhen. Solltest du dich hier für eine Voranzucht entscheiden, nutze auch hier wieder, weil es Kürbisgewächs ist, große Töpfe, 8x8x8 oder 9x9x9 und tu hier zwei bis drei Samen in einem Topf, damit du auch hier wieder eventuelle Opferpflanzen hast oder einfach die Gewährleistung, dass halt ein Topf zumindest eine Pflanze keimt. Für die Anzuchterde nutze ich natürlich auch wieder meine eigene Komposterde, die mit Pflanzenkohle und Holzhäcksel angereichert ist. Wie bei den Gurken auch, Melonen wärmeeliebende Pflanzen, möge jetzt nicht unbedingt kalte Füße, also achte darauf, dass du eine gute Bodentemperatur auch hast, wenn du die Melonen raussetzt. Hier wird auch sehr gerne so ein schwarzes Vlies genommen, um halt auch das Ballkraut zu unterdrücken, damit halt die Melonen gut wachsen können und durch dieses schwarze Vlies erwärmt sich dann nochmal die Temperatur. Das heißt, die Melonen haben es wärmer und können hier auch besser wachsen. Das Wachstum kann auch hier schon wieder gehemmt werden bei Temperaturen von unter 10 bis 15 Grad Standortbedingungen. Die Melonen brauchen einen warmen, sonnigen Standort, damit die schön wuchern können und auch einen gut nährstoffreichen und durchlässigen Boden, am besten einen guten Humusboden, den du halt am besten über Jahre hinweg auch mit aufbaust durch Mulchen von organischen Materialien mit Holzhäcksel, Graschnitt, Schafswolle, Mist kannst du mit einarbeiten, Bokashi kannst du gut mit einarbeiten, Urgesteinsmehl, Pflanzenkohle, hier ein gutes Gemisch machen, damit du halt hier einen schönen fluffigen und durchlässigen Boden für die Melonen hast, der auch gut Wasser speichern kann, weil die brauchen auch für das ganze Wachstum hinweg ordentlich auch Wasser, damit die hier nicht in Stocken kommen und hier ordentlich wachsen können. Um diese zusätzliche Wärme zu entzeugen, habe ich ja dieses Vlies anfangs erwähnt. Du kannst auch Steine nutzen, die du zu der Pflanze hinstellst und eine Sonnenfalle aufbauen, wie ich es zum Beispiel bei meinen Hochbeeten mache und dort die Melonen reinsetze, weil die Steine sich dann aufwärmen und über die Nacht die Wärme mit abgeben können. Zusätzlicher Vorteil ist, wenn du Steine zu den Pflanzen hinstellst, dann hast du eine Art Markierung, wo du dann genau weißt, wohin du gießen solltest, damit du genau die Pflanzenwurzeln triffst. Wenn die sich dann ausbreitet, kann es dann schnell passieren, dass du hier die Übersichtlichkeit verlierst. Schütze auch deine Pflanzen vor Wind- und starken Erschütterungen, kann zusätzlichen Stress für die Pflanze bedeuten, vor allem wenn sie dann große Früchte haben und die würden dann unter anderem aus dem Hochbeete raushängen, kann es dann sein, dass dieser Trieb durch den Wind dann abbricht, weil sie nicht mehr genug Halt hat. Und mein Vater sagt mir auch immer wieder, lass besonders Melonenpflanzen in Ruhe wachsen, weil die sind besonders empfindlich und das habe ich dann auch einmal erlebt, wo mein Vater dann das demonstriert hat, was passiert kann, wenn man eine Pflanze stark schüttelt und stört. Dann ist auch einmal uns eine Melonenpflanze nach einigen Tagen eingegangen. Diese starken Erschütterungen können auch dazu führen, dass du eventuell Wurzeln beschädigst und die Melonen wie auch die Gurke sind ja sehr empfindlich in ihrem Wurzelbereich und können auch deshalb eingehen. Das ist auch ein Grund, warum du jetzt deine Melonen in größere Töpfe sofort aussehen solltest, damit du dich hier nicht zwangsweise pikierst, weil da schnell Wurzelschäden passieren können und dass die Melone zurückwirft. Und im Melonenabbau ist es ja noch umso schlimmer, wenn du halt hier Hemmungen im Wachstum hast, dann kann es dann sein, dass die Früchte nicht mehr reif werden. Da muss schon alles ineinander gehen wie ein Zahnrad. Du kannst wunderbar Melonen im Hochbeet oder in einem Hügelbeet anbauen, weil sie dann sozusagen in einer Art von einem Kompost wachsen. Sehr viele Nährstoffe und auch Wärme wird hier erzeugt, weil das auch eine erhöhte Position ist und die Sonne zum Beispiel an den Hochbeeten außen drauf scheinen kann. Genau das gleiche wie bei einem Hügelbeet. Erhöhte Position, mehr Wärme ist halt ein Vorteil für die Melone, weil sie dann auch hier, Beispiel beim Hochbeet, runterwachsen kann. Nur wenn es ja dann große Früchte bildet, musst du dann irgendwie schauen, dass du eine Bekräftigung für die Melone hast, damit vielleicht der Trieb eine große Frucht auch aushalten kann. Kann man vielleicht irgendein Netz machen, Unterstützung, muss man dann schauen, welches Konstrukt man sich dann dafür aussucht. Besonders während der Wachstumsphase und an den Anfängen der Fruchtbildung brauchen Melonen regelmäßig und ausreichend Wasser. Wenn dann die Größe der Frucht feststeht, dann würde ich mit dem Gießverhalten immer weiter runtergehen, damit halt die Pflanze signalisiert bekommt, dass sie dann mehr in die Ausreifung der Frucht geht und auch hier eine schöne Samenbildung, damit du auch hier schön süße Früchte bekommst. Genau gleiche wie bei den Tomaten. Gießt du zu viel, schmecken dann die Früchte wässrig, weil dann das ganze Wasser in die Frucht eingelagert wird. Du möchtest ja schön schmackhafte und süße Früchte und da gehst du halt dann mit dem Gießverhalten immer weiter zurück. Das hat dir nichts, desto trotz ist es auch da trotzdem wichtig, eine Regelmäßigkeit im Gießverhalten zu haben, weil wenn du dann auf einmal zu viel auf einmal gießt, kann auch dir passieren, wenn du sie im Freiland anbaust und es wochen und monatelang nicht regeln und auf einmal kommt ein ganzer Sturmregen, sag ich mal, runter, sehr viel Wassermengen und dann kann es dann passieren, dass dir deine Früchte aufplatzen. Ist unschön, deswegen schau und achte darauf, dass dir eine Pflanze regelmäßig Wasser zur Verfügung bekommt und diese Regelmäßigkeit in den Abständen auch gewährleistet wird. Kann man im Gewächshaus und im Folientunnel besser kontrollieren, vor allem wenn man Tropfbewässerung hat. Am besten du gießt deine Pflanzen morgens, damit die Blätter auch abtrocknen können und sich hier vielleicht weniger Pilzkrankheiten bilden als über die Nacht hinweg. Das ist auch ein wesentlicher Punkt zur Schneckenvorbeugung, weil die knabbern sich sehr gerne in die Melonen mit rein. Du kannst auch während der Mittagssonne gießen. Vorhin habe ich die Markierung mit den Steinen erwähnt. Du kannst auch hier der Bambusstee benutzen oder auch einfach neben den Melonen-Olas mit eingraben oder dir selbst da etwas ausdenkt. Manche dürfen da Flaschen reinstellen, die sie dann mit Wasser befüllen, damit die Melone direkt eine Wurzel regelmäßige Wasserversorgung hat. Wie auch bei den Gurken, nutze Wasser, welches lauwarm ist und abgestanden, zum Beispiel aus Regenfässern, Regentonnen, wo du dann da mitgießt. Das Leitungswasser kann auch wieder zu kalt sein. Kalte Füße mag die Melone jetzt weniger. Du kannst auch hier ein bisschen effektive Mikroorganismen und deine eigenen Flüssigdünger nutzen. Als Dünger sozusagen, Wachstumsschub für die Pflanze, wo wir dann auch zu dem nächsten Punkt gleich kommen, und zwar die Pflege. Folge der Abstand wird zwischen den Pflanzen empfohlen bei kleineren Sorten, wie zum Beispiel die Cantalob-Sorten, 60 bis 90 cm, bei Wassermelonen ungefähr 1 m. Aber ich habe es auch bei den Tomaten schon erwähnt. Experimentiere da ein bisschen rum und finde da auch deine idealen Abstande, die für dich am besten passen. Vielleicht hast du ja weniger Platz. Wenn du mehr hast, kannst du ja gut nutzen. Hast du vielleicht dann weniger Probleme mit Pilzkrankheiten, kannst dann auch viel besser arbeiten. Wenn du aber einen kleineren Garten hast, würde ich am besten das Effektivste rausholen und dann hier vielleicht auch das Risiko eingehen, dass sie dann vielleicht eher Pilzkrankheiten bekommen. Zwischen den Reihen wird ein Abstand von 150 cm empfohlen. Ich denke mir, diese Empfehlungen kommen einfach aus der Tatsache, dass du halt die Pflanzen am Boden einfach ranken lässt, vielleicht auch noch gar nicht ausgeizt, und dann hat es hier ein großes Melonenfeld, ziemlich buschig entsteht. Du kannst sie natürlich auch aufleiten, eintriebig, so recht gut ausgeizen. Dann können die Abstände auch anders sein, weil du halt hier zum Beispiel in die Höhe arbeitest und dann hier Platz sparst. Dann können die Abstände etwas geringer sein. Sofern du deinen Boden gut vorbereitet hast für die Melonenpflanzung und auch organisches Material nutzt, musst du keinen zusätzlichen Dünger einsetzen. Hast du das jetzt vielleicht nicht gemacht und du merkst, dass dann deine Melonen vielleicht gelbe Blätter bekommen, gelbe Ränder oder sonstige Mangelerscheinungen, dann kannst du auf folgende Dünger zurückgreifen. Einfach, vielleicht hast du in deinem Regenwasser Algen mit drin, kannst du dann gut vermischen und damit gießen. Was ich sehr gerne mache, ist Reste von meinem Saft nehmen, die mit Wasser vermischen und damit meine Pflanzen gießen. Kannst du auch selber machen mit Küchenreste, nimmst den Trester, die Küchenreste, alles in den Mixer rein, tust ein bisschen Wasser rein, mischt es durch, tust es dann aussieben und mit dem Wasser dann deine Pflanzen begießen. Effektive Mikroorganismen sind auch hier eine Möglichkeit, 1 zu 10, die ja dann das organische Material zum Beispiel umsetzen. Es ist auch sehr zu empfehlen, seine Melonen auszugeizen. Bei Honigmelonen ist es halt so, dass sie am Haupttrieb keine Früchte bilden, sondern halt an den Seitentriebe. Das heißt, irgendwann kannst du dann den Haupttrieb abkappen, damit halt hier die Energie mehr an die Seitentriebe geht. Bei den Melonen im Allgemeinen würde ich dann an einem gewissen Punkt mal gucken, wie viele Früchte dann dranhängen. Zum Beispiel bei einer Wassermelone, wenn die ja jetzt 3 bis 4 Früchte bilden, dann würde ich dann die restlichen Triebe kappen und mich nur auf diesen Trieb dann fokussieren, wo halt dann die überwiegende Mehrheit der Früchte sind. Damit ich dann halt hier nicht zu viel Energie in neue Blüten reinstecke, vielleicht in weitere Fruchtansätze, dann hast du auf einmal 5, 6, 7, 8. Aber die werden dann nicht ganz so reif oder vielleicht werden alle nicht ganz so reif. Das heißt, ich würde mich dann lieber auf eine kleine Menge beschränken, tue das mit Ausgeizen gewährleisten, die ganzen anderen Triebe dann halt entfernen, die halt überflüssig sind, eventuell auch dann später den Eintrieb kappen, damit er sich nicht weiter voranschlängelt. Zumal du auch wieder mit dem Ausgeizen eine bessere Übersichtlichkeit über die Pflanze hast und eine bessere Luftzirkulation gewährleistest. An dem Punkt habe ich natürlich auch beides gemacht. Ich habe Melonen ausgegeizt und ich habe auch Melonen einfach so wachsen lassen. Bei manchen Sorten funktioniert das, wenn ich sie einfach wachsen lasse. Da werden alle Früchte reif. Bei anderen hinweg hätte ich es vielleicht machen sollen. Da sind dann sehr viele unreife Melonen dann übrig geblieben, weil es dann zu kühl geworden ist. Es schadet drum. Manche Melonen halt einfach ausgeizen, damit du halt bessere Fruchtqualität hast. Kranke oder beschädigte Blätter würde ich auch bei der Melone in einer gewissen Weise entfernen. Natürlich so viel übrig lassen, dass sie halt genug Photosynthese machen kann und den Zucker, den sie ja da herstellt, auch in die Früchte mit reingeben kann, damit die auch schön süß werden. Allerdings tue ich die befeilenden Blätter bei mir in einen Bokashi oder eine Heißrotte rein, damit ich hier den Kreislauf schließen kann. Sobald sich die ersten Früchte bilden, würde ich auch etwas drunter legen, zum Beispiel Stroh. Man kann sie auch höher stellen, zum Beispiel mit so einem Plastikei-Molle, eine Plastikerhöhung. Einfach aus dem Grund, dass die Melone von unten nicht anfängt zu schimmeln. Ist mir auch schon oftmals passiert. Ist sehr ärgerlich. Geht auch ziemlich schnell, wenn dann eine Schnecke anfängt, sich reinzubeißen und dann hier eine Eingangspforte für Feuchtigkeit, Schimmel und andere Pilze dann ist. Ein Problem, was ich immer sehr stark hatte, ist, dass dann die Schnecken sich gerne an die Fruchtansätze begeben haben und auch hier bei den jungen Früchten, weil sie ja noch nicht so eine dicke Schale hatten und noch schön saftig sind, hier gerne Löcher reingemacht haben und die Früchte angefressen haben. Hier bin ich immer so vorgegangen, dass ich die Früchte in Plastiktüten eingewickelt habe oder in ein Glas runtergestellt habe, damit die halt einen besseren Schutz haben. Ist halt immer ein bisschen aufwendig, das halt am Morgen und am Abend zu machen, aber für die einigen Wochen kann es dann doch sehr hilfreich sein, dass halt die Schnecken hier keine Probleme machen und die Früchte dann unnötig anknabbern. Weil auch die Melone separate männliche und weibliche Blüten haben, brauchst du auch hier die nötigen Bestäuber, die Wildbienen natürlich am besten und hier lohnt es sich natürlich auch hier wieder für eine Arten- und Blütenvielfalt zu sorgen, Mischkultur zu setzen, damit auch hier diese Insekten auch kommen und auch später die Schädlinge oder Krankheiten bei der Melone minimiert werden. Krankheiten und Schädlinge Beim falschen Mehltau kannst du Nenmöl oder auch Natronlauge nutzen. Bei Natron 1 Liter, 2 Teelöffel Natron tue ich dann rein und dann alle 2 Tage die Melone besprühen, mal ja auch beim echten Mehltau. Bei Blattläuse gibt es sehr viele Hausmittel, die man nutzen kann. Man kann auch hier wieder auf Nutzlinge setzen, unter anderem auf den Marienkäfer, auch hier wieder auf Mischkulturen setzen. Das Problem wird es dann mit der Zeit von alleine lösen. Vorbeugend zu anderen Pilzkrankheiten kannst du auch hier EMs oder auch Rohmilch nutzen, auch hier das Verhältnis 1 zu 10 mischen, aufgrund der Milchsäurebakterien, die halt hier für ein schönes Gleichgewicht sorgen. Und wie ich auch immer sehr gerne sage, Krankheiten, Schädlinge kommen halt einfach aus dem Grund, dass die Pflanze schwach ist, kann darunter liegen, dass du halt bei Krankheiten der Boden nicht fruchtbar genug bist, vielleicht solltest du dann mehr in die Bodenfruchtbarkeit investieren und bei Schädlingen kann es halt sein, dass du ein Ungleichgewicht hast und nicht die entsprechenden Nützlinge. Also schau dir immer, dass du auch gut auf Mischkultur achtest, auf Blumenvielfalt und hier auch andere Insekten förderst. Immer mit der Natur arbeiten, sparst dir unglaublich viel Zeit und Energie. Der richtige Erntezeitpunkt. Und dann die perfekte Melone ernten zu können, nach dem ganzen Strapazen und Aufwand, den man für diese anspruchsvolle Kultur denn auch benötigt. Bei Honigmelonen ist es halt recht einfach, da verändert sich dann meistens die Schale von einem grünlichen Ton Richtung Gelb-Orange. Und sie fangen an, auch einen aromatischen Duft zu verströmen, der natürlich auch sehr viele Ameisen und auch Schnecken anlockt. Außerdem lassen sich dann die Früchte sehr leicht vom Stiel entfernen, also leichtes Ziehen und die Frucht ist dann ab. Bei Wassermelonen hingegen ist es ein bisschen anspruchsvoller und dann passiert es dann oftmals, dass die dann überreif wird oder die Leute sie zu früh ernten. Eine vollreife Melone erkennst du an folgenden Faktoren, zum Beispiel in einem vertrockneten Stiel. Schaust du auf die Auflagestelle der Melone und wenn die gelblich ist, ist auch ein gutes Zeichen, dass die Melone dann schon reif geworden ist. Der Klopftest, reife Melonen hören sich eher dumpf an, während so unreife Melonen sind eher ein halligen Klall. Ein ausführliches kurzes Video, dazu habe ich auch gemacht, findest du unten in der Videobeschreibung oder hier am i verlinkt. Dauert wirklich nicht lange. Mischkulturpartner Bei Melonen ist die Mischkultur ein bisschen schwieriger, je nachdem wie du sie anbaust. Wenn du sie einfach frei wachsen lässt, kann es dann sein, dass sie halt auch andere Pflanzen überdecken. Sind aber auch deshalb einen guten Bodendecker, also sozusagen ein Lebenmurch, kann man auch so sehen. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel ausgeizt oder aufleitest, dann hast du dann einen gewissen Platz, wo du auch hier andere Pflanzen kultivieren kannst, wie zum Beispiel Buschbohnen, Ringelblumen, Tagetes oder Basilikum, dessen ätherische Öle ja auch gut gegen Mehltau sind oder auch Knoblauch nutzen. Nach- und Vorkulturen Natürlich solltest du jetzt die Melone nicht mit anderen Kürbisgewächsen zusammen anbauen. Kürbisse, Gurken oder auch Zucchini, weil sie dann die ähnlichen Schädlinge und Krankheiten teilen und auch den Boden so vielleicht einseitig belasten. Weniger vorteilhaft. Nichtsdestotrotz bauen wir die Melone ja nur zur einer Hälfte des Jahres an, wo sie halt den Platz belegt. Und wir möchten ja produktiv arbeiten. Wir können dann auch einiges aus unserem Garten rausholen. Vor- und Nachkulturen können dann unter anderem sein Feldsalat, Spinat, Radieschen, die dicke Bohne, Gründüngung wie zum Beispiel die Facelia, Salate oder vielleicht auch eine Wintererbse, wenn du halt richtig früh mit dir anfängst, vielleicht schon im Herbst mit der Aussaat beginnst. Einen kleinen Punkt habe ich jetzt noch vergessen, mag ich eigentlich eher weniger und zwar kannst du natürlich auch hier Melonen veredeln, da werden dann hier die Sorten auf Kürbiswurzeln drauf gesteckt, damit die halt hier zum Beispiel besser gegenüber Schädlingen und Krankheiten klarkommen und auch hier einen besseren Wuchs haben. Also kann man auch hier nutzen, um halt nochmal seine Erfolgschancen zu verbessern. Aber ich bin halt immer ein Freund, die Pflanzen aus dem Samen hochzuziehen und wachsen zu lassen und so die Sorte zu kultivieren, wie sie auch ist. Nichtsdestotrotz, wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben, vor allem wenn es dir auch einen Mehrwert gegeben hat. Diese beiden Videos hier kannst du auch gerne anschauen zum Thema Permakultur, um halt hier nochmal weiter einen fruchtbaren Boden aufzubauen oder Richtung fauler Gärtner zu werden oder auch noch meine anderen Melonen-Videos mit anzuschauen. Findest du alles auf meinem Kanal, werde ich auch unten alles verlinken. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Garten, bei deinem Melonen-Anbau und ich hoffe, dieses Jahr wirst du auch erfolgreich und berichte mir auch sehr gerne, wie sie auch geschmeckt haben. Melonen 1a im Garten. Also kann ich nur wie wirklich hierhin mal empfehlen, seine eigenen Melonen mal anzubauen. Der Aufwand lohnt sich wirklich.